Französisch lernen für Fortgeschrittene Lerne fließend Französisch sprechen mit Sätzen und Redewendungen. Möchtest du das Hörbuch plus E-Book kostenlos erhalten? Klicke jetzt auf den Link unten in der Beschreibung oder auf das I-Zeichen oben rechts im Video. Denk dran, klick auf Like und Abonnieren, um weitere Videos von uns zu erhalten. Schreib doch noch einen Kommentar, wie wir das Video verbessern könnten oder welche Sprache du lieber lernen möchtest. Wo ist das nächste Restaurant? Où ist le restaurant le plus proche? Das war unnormal. C'était anormal. Ich habe so etwas noch nie getan. Je n'ai jamais fait ça auparavant. Ich mag scharfes Essen. J'aime la nourriture épicée. Sei vorsichtig. Fais attention. Kann ich dir helfen? Je peux t'aider? Ich kam mit meiner Familie. Ich bin zweisprachig. Ich bin zweisprachig. Ich bin bilingue. Er ist ingénieur. Il ist ingénieur. Ich bin in einer Band. Wie lange wirst du bleiben? Combien de temps est-ce que tu restes? Es ist zu süß. Wie lange dauert die Reise? Combien de temps dure le voyage? Bitte lasse mich durch. S'il te plaît, laisse-moi passer. Ich arbeite in einem call-center. Je travaille dans un centre d'appel. Hast du Geschwister? As-tu des frères ou des sœurs? Um wie viel Uhr schließt die Küche? A quelle heure la cuisine ferme? Meine Gefühle sind intensiv. Mes sentiments sont intenses. Hast du Lust auf einen kurzen Drink? As-tu envie d'un petit ver? Um wie viel Uhr läuft das Spiel? A quelle heure le match a lieu? Er hat eine starke Meinung. Il a une forte opinion. Ich fühle mich gut. Je me sens bien. Bis morgen. A demain. Ich habe es fast geschafft. J'ai presque fini. Das funktioniert nicht. Cela ne fonctionne pas. Ich werde es dir beibringen. Je t'apprendrai. Ich brauche etwas Hilfe. J'ai besoin d'aide. Du bist sehr aufmerksam. Tu es très attentionné. Uns ist das Benzin ausgegangen. Nous sommes à court d'essence. Warst du schon einmal hier? Es-tu déjà venu ici auparavant? Wie lange ist das? Combien de temps cela va durer? Es sieht aus wie Regen. On dirait de la pluie. Tun Sie das nicht. Ne fais pas ça. Ich nehme ein glas Wasser. Je vais prendre un verre d'eau. Ich habe drei Kinder. J'ai trois enfants. Es geht mir gut. Danke. Je vais bien. Merci. Schlaf gut. Dors bien. Was ist in der Tasche? Qu'y a-t-il dans le sac? Welche Straße ist es? Quelle ist la rue? Wie geht's? Que fais-tu? Das ist richtig. C'est exact. Sind wir fast da? Sommes-nous presque là? Das war eine vernünftige Entscheidung. C'était une décision raisonnable. Beheile dich. Dépêche-toi. Wann startet der Film? A quelle heure le film débute-t-il? Was möchtest du trinken? Que veux-tu boire? Das mer ist sehr rau. La mer est très agitée. Es tut mir leid. Ich weiß es nicht. Je suis désolé. Je ne sais pas. Es war meine erfindung. C'était mon invention. Bist du schon lange hier? As-tu été ici depuis longtemps? Wie oft? Combien de fois? Ich bin ein wenig aus der Übung. Je suis un peu hors de la pratique. Wo leben deine Eltern? Où vivent tes parents? Um wie viel Uhr kommen wir an? A quelle heure on arrive? Stört es dich wenn ich mich hier hinsetze? Ça te dérange si je suis assis ici? Du siehst super aus. Tu es tout beau. Ist dein Mann auch aus? Votre mari est aussi de... Es könnte schlimmer sein. Ça pourrait être pire. Je voudrais louer une voiture. Je voudrais louer une voiture. Le film a été déprimant. Es fängt an zu regnen. Il commence à pleuvoir. Ich muss jetzt gehen. Ich habe zugesehen wie es passiert ist. Je l'ai regardé arriver. Sei nicht blöd. Ne sois pas stupide. Ich habe interesse an sprachen. Je suis intéressé par les langues. Ich liebe ausgehen. J'aime sortir. Ich bin mitglied eines Fitnessstudios. Je suis membre d'une salle de sport. Sie hat geweint. Elle a pleuré. Wie hoch ist die Gebühr? Quels sont les frais? Um wie viel Uhr sollen wir uns treffen? A quelle heure devrions-nous nous rencontrer? Ich bin nicht zur Universität gegangen. Je ne suis pas allé à l'université. Jeder weiß es. Tout le monde le sait. Als was arbeitet er? Que fait-il comme travail? Gut gemacht. Bien joué. Ich ruf dich an. Je t'appellerai. Ich möchte unsere Botschaft kontaktieren. Je veux contacter notre ambassade. Ich bedauere es. Je le regrette. Welche farbe hat das Auto? Quelle est la couleur de cette voiture? Es wird in kürze ankommen. Il arrivera bientôt. Hilfe! Aide-moi! Ich hasse Fußball. Je déteste le football. Wie viele Personen? Combien de personnes? Es ist unter dem Gefrierpunkt. Il est en dessous de zéro. Ich bin katholisch. Je suis katholique. Wie ist es mit Ihnen? Et toi? Es war lustig. C'était-il l'arrant? Was ist los? Que se passe-t-il? Die Sonne ist herausgekommen. Le soleil est sorti. Kannst du mir helfen? Peux-tu m'aider? Ich fühle mich einsam. Je me sens seul. Kannst du mir bitte ein taxi rufen? Pourrais-tu, s'il te plaît, m'appeler ein taxi? Hast du Kinder? As-tu des enfants? Danke für deine Hilfe. Merci de ton aide. Was hast du gedacht? Qu'as-tu pensé? Was möchtest du zum Abendessen? Qu'est-ce que tu veux pour le dîner? Ich bin erschöpft. Je suis épuisé. Bitte sag' ihr das angerufen hat. S'il vous plaît, dites-lui que a appelé. Sein Zimmer ist sehr klein. Sa chambre est très petite. Ich habe eins in meinem Auto. J'en ai une dans ma voiture. Vor fünf Minuten. Il y a cinq minutes. Schmeiß es weg. Jette-le. Bitte hinsetzen. Assieds-toi, s'il te plaît. Was ist falsch? Qu'est-ce qui ne va pas? Das ist verrückt. C'est fou. Du bist schlau. Tu es intelligent. Sorry, du bist nicht mein Typ. Désolé, tu n'es pas mon type. Es war unentschieden. C'était un match nul. Normalerweise trinke ich café. Je bois généralement du café. Die Entscheidung ist endgültig. La décision est définitive. Wir waren zusammen in der Schule. Nous étions à l'école ensemble. Ich habe einen Plan. J'ai un Plan. Das ist mein Sohn. Voici mon Fils. Das ist ärgerlich. C'est bouleversant. Bitte hilf mir. Aide-moi, s'il te plaît. Du hast mein Wort. Du hast mein Wort. Ich brauche deine Unterstützung. J'ai besoin de ton soutien. Ich bin im Urlaub. Je suis en vacances. Ich bin aus. Je viens de... Nehme es mit nach draußen. Sors-le dehors. Ich finde dich sehr attraktiv. Je te trouve très attraktiv. Es war spannend. C'était passionnant. Kein problem. Pas de problème. Pas de problème. Ich rufe sie an wenn ich gehe. Je vous appellerai quand je pars. Ich spreche französisch. Je parle français. Das sieht gut aus. Ça a l'air formidable. Es ist in Ordnung. C'est bon. Où arbeitest du? Où travaillis-tu? Sein sohn. Son fils. Welche adresse suchst du? Quelle adresse est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu as fait hier? Bitte hört auf zu streiten. S'il te plaît, arrête de discuter. Verzeihung. Wir sind spät dran. Désolée. Nous sommes en retard. Kann ich dich nach Hause begleiten? Je peux t'accompagner à la maison? Ich bin protestant. Je suis un protestant. Ich brauche deine erlaubnis. J'ai besoin de ta permission. J'ai oublié mon parapluie. Ich bin verliebt. Je suis amoureux. Er ist in der Küche. Il est dans la cuisine. Ich bin allergisch. Je suis allergique. Ich habe keine Freundin. Je n'ai pas de petit ami. Ich mag das. J'aime ça. Mag er die Schule? Est-ce qu'il aime l'école? Um wie viel Uhr? A quelle heure? Sorry, ich habe keinen Stift. Désolée, je n'ai pas de stylo. Ich muss ins Internet gehen. Je dois aller sur Internet. Es ist zu spät. C'est trop tard. Vor kurzem. Récemment. Ich mag sie. Je l'aime bien. Ich bin bouddhiste. Je suis un bouddhiste. Wie heißt du? Comment est-ce que tu t'appelles? Bis später. A plus tard. Wie alt sind sie? Quel âge avez-vous? Ich lebe mit meinem Partner. Je vise avec mon partenaire. Ich studiere Wirtschaft. Je suis étudiant en économie. Dieser Weg. De cette façon. Wie schmeckt es? Quel est son goût? Er sagte, du schaust gerne film. Il a dit que tu aimais regarder des films. Du bist sehr net. Tu es très gentil. Vielleicht. Peut-être. Vielleicht. Ich arbeite von zu Hause. Je travaille a domicile. Was ist los? Que se passe-t-il? Ich bin sehr beschäftigt. Je suis très occupé. Es wird auf der rechten Seite sein. Ce sera sur ta droite. Bist du allein? Du bist allein? Von hier nach da. D'ici à là-bas. Wie lange dauert es mit dem Auto? Wie lange dauert es mit dem Auto? Wie lange dauert es mit dem Auto? Je suis veuve. Du bist schon kennengelernt. L'as-tu déjà rencontré? Na sicher. A quelle heure le film débute-t-il? Kann ich deinen Stiftlein? Je peux emprunter ton Stiftlein? Hören Sie auf anderen die Schuld zu geben. Arrêtez de blâmer les autres. Wie bezahlst du? Comment vas-tu payer? Wie viel kostet das? Combien ça coûte? Ich interessiere mich für Kultur. Je suis intéressé par la culture. Möchtest du einen spaziergang machen? Veux-tu faire une promenade? Ist es weit? C'est loin? Ich bin zu Hause. Je suis à la maison. Ich bin sehr neugierig. Je suis très curieux. Was ist das Problem? Quel est le problème? Das Wetter ist misérable. Le temps est misérable. Wie war das Meeting? Comment était la réunion? Ich genieße die Zeit mit dir. J'aime passer du temps avec toi. Ich studierte Politik. J'ai étudié la Politik. Geh hier entlang. Va de cette façon. Ich habe diesen Kuchen gebacken. J'ai cuit ce gâteau. Ich habe mich immer noch nicht entschieden. Je n'ai pas encore décidé. Ich habe schon gegessen. J'ai déjà mangé. Wo willst du dich treffen? Où voudrais-tu que l'on se rencontre? Ich mag joggen. J'aime le jogging. Möchtest du etwas trinken? Voudrais-tu boire quelque chose? Ich bin bei der Arbeit. Je suis au travail. Geh über die Brücke. Passe le pont. Das ist praktisch. C'est pratique. Es ist unmöglich. C'est impossible. Ich mag deinen Sinn für Humor. J'aime ton sens de l'humour. Nimmst du Zucker? Du prends du sucre? Das Meer ist ziemlich ruhig. La mer est assez calme. Es tut mir leid. Wir sind ausverkauf. Je suis désolé. Nous sommes en rupture de stock. Das Essen war schrecklich. La nourriture était horrible. Wer fährt heute Abend? Qui est au volant ce soir? Ich habe so viele schulden. J'ai tellement de dettes. Es verursacht zu viel Müll. Cela fait trop de déchets. Je reviendrai plus tard. Je reviendrai plus tard. Je suis enthousiaste. Am nächsten Tag. Le jour suivant. Sei nicht verschwenderisch. Ne sois pas gaspilleur. Je suis déprimé. Je suis déprimé. Je suis déprimé. Dans quelle branche est-ce que tu travailles? Je ne pense pas. Je suis déprimé. Je suis déprimé. Moi aussi. Je suis inquiet. As-tu enkelkinder? As-tu des petits-enfants? Ich habe mich geschnitten. Je me suis coupé. Ich habe es auf dem Tisch liegen lassen. Je l'ai laissé sur la table. Geld motiviert mich nicht. L'argent ne me motive pas. Ich arbeite hier. Je travaille ici. Gesundheit. A tes souhaits. So wie immer. Comme d'habitude. Probiere es aus. Essay. Möchtest-tu etwas Wein? Tu voudrais du vin? Um welche Uhrzeit wirst du ankommen? A quelle heure vas-tu arriver? Seine réaction war unreife. Sa réaction était immature. Ich rauche nicht. Je ne fume pas. Ja, ich habe verstanden. Oui, j'ai compris. Ich habe nie eine Universität besucht. Je ne suis jamais allé à l'université. Schön dich kennen zu lernen. Ravi de te rencontrer. Was haben Sie vor? Qu'est-ce que tu fais? Bist du jemals in Italien gewesen? As-tu déjà été en Italie? Ich werde dich zur Bushaltestelle bringen. Je vais t'emmener à l'arrêt de bus. Ich muss lernen. J'ai besoin d'étudier. Du bist zu formell angezogen. Tu es habillé trop formellement. Das ist es. C'est tout. Hast du etwas dagegen, wenn wir mitmachen? Ça te dérange si nous te joignons? Ruf mich an. Appelle-moi. Warum lachst du? Pourquoi ries-tu? Ich fühle mich nicht gut. Je ne me sens pas bien. Ich sollte gehen. Je devrais partir. Sie haben ihn noch nicht getroffen. Ils ne l'ont pas encore rencontré. Ich mag keine Kneipen. Je n'aime pas les pubs. Acceptierst du? Acceptes-tu des? Es ist eine gegenseitige vereinbarung. Il est un commun accord. Wie viel schulde ich dir? Combien je te dois? Ich bin Christ. Je suis chrétien. Was gibt es zum Mittagessen? Qu'est-ce qu'on mange pour dîner? Hast du Start-Hilfe-Kabel? As-tu des Kables de démarrage? Wie stehen die Chancen? Quelles sont les Chancen? Es ist Zeit zum Nachdenken. Il est temps de réfléchir. Es wird kalt heute Abend. Il fera froid ce soir. Möchtest-tu ein Bier? Voudrais-tu une bière? Ich brauche eine Einkaufsliste. J'ai besoin d'une liste d'achat. Mir ist kalt. J'ai froid. Ich liebe ihre Augen. J'aime vos yeux. Die Straßen sind rutschig. Les routes sont glissantes. Spielst du ein Musikinstrument? Tu joues d'un instrument? Mein Sohn studiert Informatik. Mon fils étudie l'informatik. Es wird heute Abend gefrieren. Il va geler ce soir. Er kommt in 20 Minuten wieder. Il sera de retour dans 20 minutes. Studierst du Englisch? Tu étudies l'anglais? Sie liegen falsch. Vous avez tort. Ich habe zwei Schwestern. J'ai deux sœurs. Ich bin in meinem letzten Jahr. Je suis dans ma dernière année. Nimm diese Medizin. Prends son médicament. Wir sind im Ruhestand. Nous sommes à la retraite. Ich dachte, er hat etwas anderes gesagt. Je pensais qu'il avait dit autre chose. Ich bin arbeitslos. Je suis au chômage. Hattest-tu genug zu essen? As-tu eu assez à manger? Ist alles in Ordnung? Est-ce que tout va bien? Er kommt bald. Wie kann das sein? Comment serait-il possible? Das ist eine gute Schule. Ich war sehr beschäftigt. J'ai été très occupé. Wie buchstabiert man das? Comment ça s'appelle? Ich gehe morgen. J'y vais demain. Es ist zu scharf. C'est trop épicé. Es ist ein Wunder. C'est ein Miracle. Es dauerte nicht lange. Ça n'a pas duré longtemps. Starte das Auto. Démarre la voiture. Brauche ich ein Visum? J'ai besoin d'un visa? Ich werde in fünf Minuten da sein. Je serai là dans cinq minutes. Sie ist sehr élégante. Elle est très élégante. Wo studierst du? Où est-ce que tu étudies? Diesen Monat. Ce mois-ci. Ab welchem datum? De quelle date? Komm gut nach Hause. Je te souhaite un bon voyage de retour. Concentriere dich. Reste concentré. Sie sind reich. Ils sont riches. Ich will dir eine Frage stellen. Je peux te poser une question? Er ist Amerikaner. Wann möchtest du reisen? Wann möchtest du reisen? Ich bin ein Träumer. Je suis ein Rêveur. Welche Art von Musik magst du? Quel genre de Musik aimes-tu? Ist es kalt draußen? Il fait froid dehors? Dies ist das erste Mal, dass ich hier bin. C'est la première fois que je suis ici. Ich bin sehr fleißig. Ich bin sehr fleißig. Ich bin sehr fleißig. Ich muss mich konzentrieren. Ich muss mich konzentrieren. Ich muss mich konzentrieren. Sorry, es war meine Schuld. Ich bin sehr fleißig. Ich chante in eine Chorale. Ich arbeite im Publishing Bereich. Ich arbeite in der Publishing. Ich arbeite in der Edition. Er ist sehr engagiert. Er ist sehr engagiert. Er ist sehr dévouet. Ich bin nicht einverstanden. Ich bin nicht einverstanden. Ist es möglich? C'est possible. Ich habe ein wenig verspätung. Ich bin ein wenig en retard. Lass uns in den Speisesaal gehen. Wir arbeiten zusammen. Wir arbeiten zusammen. Sag die Wahrheit. Das ist zu teuer. Das ist zu teuer. Haben Sie irgendetwas anderes? Avez-vous quelque chose d'autre? Es ist nördlich von hier. C'est au nord d'ici. Ich suche diese Adresse. Ich suche diese Adresse. Weil wir fern damit주세요. Wir haben diese Ass protectoren. Wir haben die Frage. Was sind weiter~~~ Wir schauen uns doch nicht ö dimensions. Wir kijken.